Okay, heute noch einmal Guard Position, Ground and Pound. Wir gehen auf einen Fehler ein, den viele machen, besonders wenn sie aus dem Grappling kommen. Beim Grappling ist das kein Fehler, da ist das eine gute Sache, aber hier beim MMA ist das ein Fehler und den können wir direkt ausnutzen mit hartem Ground and Pound. Okay, es geht um folgendes. Ich habe hier wieder meine Grundposition eingenommen. Ellenbogen eng, Bizepskontrolle. Ich stelle einen Wein auf, weil ich jetzt hart schlagen will. Das wird oft genutzt von ihm, dieses Beinaufstellen, dass er da reingreift, genau, sich nach außen, den Winkel verbessert, kann sich hier recht gut decken und gleichzeitig kann er anfangen, ja, er hat seinen Winkel verändert, er kann besser arbeiten. Wenn er zum Beispiel diesen Arm, der hier noch drin ist, mitgenommen hat, kann er jetzt, wenn er das Bein hier rumbringt, zum Beispiel direkt mit dem Armbar anfangen oder sonstige Sachen oder eventuell Triangle werden sehr oft über diesen Weg eingeleitet. Beim BJJ oder überhaupt beim Grappling ist das gängig, ganz normal, eine gute Sache. Beim MMA seht ihr jetzt vielleicht aber auch, er hat seinen Arm so ein bisschen gefangen. Dadurch, dass er sich jetzt seitlich eindreht, hat er trotzdem eine gute Deckung. Aber der Arm ist hier drin und das nutze ich jetzt. Sobald, ich gehe noch einmal in die Position, sobald er da reingreift, mache ich sofort meine Hacke zu meinem Arsch. Zack. Und dann bringe ich das Knie quasi zu seinem Arsch. Zack. Gehe hier runter. Setze mich hier schön hin, damit ich hier richtig Druck mache, das ist richtig schön gefangen und fange an zu striken. Was macht er? Er nimmt diese Deckung natürlich. Er hat keine andere mehr. Er nimmt diese Deckung, ich greife von oben drauf, mache massiv Druck hier drauf, stelle, um den Druck zu erhöhen, dieses Bein auf. Dadurch habe ich, wie gesagt, den Druck erhöht und ich habe mir gleichzeitig auch einen Weg geschaffen, um jetzt hart zu arbeiten. Wenn er sich hier wieder in sich selber versteckt, kann ich auch hier wieder hart zur Leber arbeiten, zur Rippe arbeiten und habe damit einen sehr schönen Ground-and-Pound-Effekt aufgrund eines kleinen Fehlers, den er gemacht hat. Also nochmal, ich stelle das Bein auf, fange an zu schlagen. Er deckt sich sofort da, ich fange hier seinen Arm ein, schlage weiter, bringe seinen Arm hier runter, stelle hier auf, schlage weiter. Diese Position mit dem gegenüberliegenden Trappen der Arme haben wir in anderen Videos schon gesehen. Das ist grundsätzlich immer das gleiche Konzept, wenn ich den Arm diagonal über seinen Körper bringe oder hier trappe, hier trappe, das ist mir fast egal. Dann stelle ich das gegenüberliegende Bein auf und habe mindestens ein, zwei Schläge frei. Irgendwann wird er da wahrscheinlich wieder rauskommen oder ich schlage ihn K.O. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen. Ein kleiner Tipp, ich habe alle meine Videos in Playlists geordnet, findet ihr bei mir im Kanal. Wenn ihr also spezielle Sachen sucht, geht auf die Playlist und da werdet ihr fündig. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und wir sehen uns nächste Woche.